Der Staatschef von Osttimor, José Ramos Orta, will bei den Präsidentschaftswahlen im März für eine weitere Amtszeit kandidieren. Das hat sein Büro bekannt gegeben. 2007 hat der Ramos Orta mit fast 70 Prozent der Stimmen gegen den Oppositionellen Francisco Guterres gewonnen. Guterres wird auch dieses Mal wieder gegen den Friedensnobelpreisträger antreten.